so ich grüße euch ihr crazy nerds heute habe ich diesmal ein bisschen was anderes diesmal haben wir eine mickey maustasche eigentlich kann ich nichts mit anfangen aber ich musste sie einfach mitnehmen weil es halt mickey maus ist halt meine kindheit so und ja so ich habe sie wirklich für einen schmalen euro abgegriffen also nicht für einen euro aber für wirklich wenig kohle wer meinen kanal kennt weiß ich kaufe immer nur günstige sachen also wirklich wirklich schief alles was im angebot ist wird abgegriffen gerade wenn es eigentlich nur nerd stuff so jetzt machen wir das ding noch mal leer hier also manchmal muss ich sagen möchte ich einfach eine frau sein dann würde ich diese tasche mit diesen glitzert ein bisschen so sieht das ding aus ich hoffe man kann sehen man kann es natürlich nicht sehen ich muss auch ein bisschen auf meine kamera achten so sieht das teil aus so glitzert so ein bisschen mickey maus drauf wie gesagt ich möchte manchmal möchte ich eine frau sein es gibt so coole sachen für frauen okay ich bin trotzdem zufrieden ja das war ein kurzes unboxing quality ist eigentlich ganz gut wie gesagt hat nicht sonderlich viel gekostet guckt gerne mal in den link unten rein ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen tag lasst mir gerne ein abo dann kommi da wäre nice bis zum nächsten mal tschau